das lohnt sich wirklich mal richtig hier unten geht es noch weiter redstone so weit das auge reicht hier es ist ein richtiges das ist ein richtiger traum die höhle das lava da können wir gleich noch mal gucken vorher sammle ich noch mal das redstone ein so redstone ist voll heiliger schmeißen ein bisschen pflastersteine weg die braucht ja sonst keiner nicht wahr und wieder keine fackel das heißt wir müssen uns neue machen haben aber gar keine kohle mehr moment was geht denn haben wir irgendwo kohle ja jetzt suchen wir kohle ach da oben toll gibt es sonst noch irgendwo kohle leute ich brauche gerade etwas kohle sonst lasse ich die immer liegen aber jetzt brauche ich sie kohle hier oben gibt es kohle so aber nur wenig minimal kohle ach da ist noch kohle sehr schön so die nehmen wir alles mit jetzt hier also sonst stoßen wir wieder auf irgendwelche dunklen schächte wo wir wieder fackeln brauchen aber keine mehr haben so das kommt mal weg hier so hier die kohle nehmen wir auch noch mit alles einpacken was geht fackeln brauchen wir immer wieder so und dafür brauchen wir halt kohle so wovon sind wo vorher sind wir jetzt hier gekommen ich glaube wir sind von hier unten gekommen oder dann sind wir hier durchgelatscht dann sind wir hier rumgelaufen alles sehr gefährlich hier mit lava da musst du wirklich aufpassen ach da unten war mal genau da unten sind wir hingelaufen hier war auch noch was redstone auch das nehmen wir noch mit so eingesackt hier sind noch mehr redstone ach du heiliger boah das ist aber eigentlich das perfekte gebiet für diamanten nur wir finden wieder keine man es glaubt oder nicht wir finden wieder keine diamanten jetzt muss ich mal kurz die playlist wechseln es wird nervig zack so kohle 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 eisen was haben wir denn da oben das ist auch eisen das ist auch eisen das gibt es denn nicht nur eisen hier aber ich denke doch drei stack reichen uns oder also das sollte wirklich das ist auch eisen für die nächsten jahre sein so jetzt wollen wir wirklich was wertvolleres hier finden diamanten darauf bin ich jetzt aus so und es wird wirklich sehr spannend je länger man hier unten ist desto größer ist nämlich auch die wahrscheinlichkeit dass man verreckt nicht wahr wenn irgendwelche viecher kommen so nächste axt kaputt äh hacke so wie viel kohle haben wir 30 das sollte reichen da ist ja nur kohle 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 ah genau von da oben sind wir gekommen können wir uns jetzt mal hier durchwagen wow redstone vielleicht sollte ich auch demnächst zombiefleisch oder sowas essen damit wir hier unten nicht verhungern und noch eine chance haben zum regenerieren wenn wir mal getroffen werden irgendeinem fisch es gibt aber keine diamanten überall siehst du hier nur redstone warum eigentlich das kann doch nicht sein eisen gibt es kohle gibt es redstone gibt es lapis gibt es da ist wieder lapis übrigens so den können wir nochmal mitnehmen ich glaube der passt noch rein so so lapis immer auch schon voll oder was und der mal weg da cobblestone braucht man nicht das unwichtige zeug einfach weg klatschen das haben wir hier das ist auch nix also irgendwie ist mir das ganze sehr seltsam ach hier ist ja die Axt so sollen wir schon wieder mit strip mining anfangen hier ne ne erstmal den Rest auskundschaften es gibt hier ja noch so viel was wir noch nicht gesehen haben so in welche richtung gehen wir da lang da nicht hier irgendwo oder da oben da oben geht es ja auch noch lang oder kommt man da hin sicherlich man kann sich ja hingraben aha auch sehr gefährlich hier aber wozu haben wir cobblestone um uns rüber zu basteln so jawoll werden wir hier drin wieder in einer schönen tiefen Höhle aber auch hier scheint es keinerlei Diamanten zu geben das ist doch wie verhext hier das kann doch nicht sein da oben geht es auch weiter da können wir uns auch gern mal hochgraben oder ne das ist nicht so umständlich jetzt da auch oh ein Creeper bam hei 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 wo geht es denn jetzt hier noch lang hier gibt es glaube ich nix mehr groß oder vielleicht gibt es ja hier unten was ja hier gibt es tatsächlich noch weiter hier gibt es aber auch nur Eisen was ich habe gerade ein Zombie gehört oder sowas wo habe ich denn jetzt Stickies ähm ja Zombie äh ja äh ja ich komme gleich ich komme gleich zombie so machen uns mal 64 Fackeln wow 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 Wow. So, ich würde sagen, das Zeug schmeißen wir weg. Sammeln wir lieber das Zombie-Hirn auf. Das kann vielleicht lecker schmecken, ne? Wenn man ein Zombie-Hirn isst. Ich glaube, wir haben zwei, ne? Ja. Verrottet das Fleisch. So, dass wir wenigstens ein bisschen unseren Hunger gesättigt haben. Auch wenn wir jetzt vergiftet sind. Was? Ei. Wo sind die? Ah, da kommen sie. Ei, ei, ei. So. Ei, 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 ei. So, jetzt wäre es satt. Seht ihr? Wow, da kommen noch mehr. Ja, logisch. Die wollen uns jetzt fressen. Fressen wollen die uns. Gibt's nicht. Wir sind ausverkauft. Wow. Sehr gefährlich. Und ich höre die Viecher überall. Ah, da kommen sie. So, der ist hinüber. Kommt da noch einer? Jawohl, da kommt noch einer. Gibt's denn das? Jetzt wollen sie es hier wissen. So, noch ein. Noch zwei. Was? So, der eine hat netterweise eine Karotte fallen lassen. Das finde ich gleich mal ganz gut. Aber die können wir so essen. Jam, jam, jam. Hm, nochmal lecker. Zombiehirn. Ey. Wird ja gar nicht aufsammeln. So. Hier können wir uns runterbuddeln. Was haben wir hier noch? Schönes. Redstone. Na, buddeln wir das mal frei. Wird ich sagen. Hier hören wir auch überall Lava irgendwo. So, hier unten wäre doch eigentlich, denke ich mal, auch ein schöner Punkt, um mal eine Aufnahmepause zu machen. Oder um mal zu sagen, hey, ich mach jetzt mal, wow. So, ich mach jetzt mal das Wasser aus. Da unten ist Obsidian. Guck mal eine an. Nützt einem nur nicht viel, wenn man es nicht abbauen kann. Wow. Wow, 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 wow. Skelly. Wow, vielleicht zwei. Aua. Hörst du auf? Da kam noch eine Spinne an, glaube ich. Jawohl. Ei, 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 ei. Geh kaputt. Verrecke. Mistviech. Hier ist auch Eisen, Redstone, alles hat man hier. Aber leider, leider kein Diamant. Das finde ich sehr, sehr schade. Na ja, wir können ja wirklich nochmal versuchen, hier dann irgendwie Strip-Mining zu begeben. Schwimm hier mal schön durch. Das Wasser möchte ich auf jeden Fall hier nicht zerstören unbedingt, weil das ist unsere Rettung, wenn wir mal irgendwie mit Lava in Kontakt kommen. Und das ist eine schöne Rettung, glaubt mir. Ein bisschen kühles Nass. Kann man immer gebrauchen. Wow, das geht ja hier noch weiter. Ei, ei, ei. Das ist eine Mörderhöhle. Eine Mörder-Mörderhöhle. So Pilze könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen. So. Hey, wie lange unser Inventar noch reichen wird, ich weiß es nicht, Leute. So, hier konnte man doch auch rum, nicht wahr? Hier kann man auch lang. Guck mal, hier kann man überall lang gehen. Überall gibt es hier irgendwelche... Wow. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Jetzt wäre ich fast da reingefallen noch. Wow. Das wäre es jetzt noch gewesen. Wow, hör auf, hör auf. Lass mich in Frieden. Wo ist der Zombie? Wo ist der Zombie? Wo? Wo ist der? Das Sackface. Da oben bestimmt irgendwo. Ei, ei, ei. Oder hier unten, auch möglich. Ah, da gehe ich jetzt nicht runter. Halt die Schnauze. Scheiß, Zombie. Oh, was wir aber auch haben. Gold finden. Ey, wir haben jetzt wirklich fast alles, außer Diamanten. Die haben wir als einzigstes noch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber da mache ich mir nichts draus. Die finden wir schon noch. Hm. So, hier mache ich mal ein bisschen so einen Schutz hin. Das wird ja nicht runterfallen und verrecken tun. Diamanten. Diamanten. Meine Fresse. Wieso gibt es denn hier nirgendwo Diamanten? Kann mir das mal jemand sagen? Hm. Hm. Naja, Leute. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns das nächste Mal genau hier wieder. Wenn es heißt, let's play Minecraft gestrandet. Und dann gehen wir weiter auf Diamantenjagd. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und ciao, ciao. Euer Kelle. Bye. Bye.